hallo meine lieben freunde meines kanals ja vielleicht erinnert ihr euch noch an dieses foto hier ich habe auch ein video dazu gemacht und das zeigt uns eben den beschädigten rotor der abgerissen ist und das ist vermutlich deshalb passiert bei der landung weil das gelände hier sehr uneben ist das sehen wir jetzt dann gleich auch bei dem foto von perseverance der ist nämlich jetzt zu ingenuity geradelt oder zumindest bis auf eine entfernung von 400 metern und da wird dann klar warum das wahrscheinlich ins hürschen gegangen ist das heißt die lagesteuerung des copters war wohl fehlerhaft in dem fall es ist auch dem geschuldet dass die kommunikation abgebrochen ist zwischen rover und ingenuity während des lande vorgangs da musste der copter selber steuern und das funktioniert ja auch normalerweise ganz gut aber in dem fall hat er eine bruchlandung hingelegt und wenn wir jetzt mal das foto anschauen was perseverance gemacht hat also der ist dann dahin geradelt oder zumindest mal auf eine bestimmte entfernung ob man da jetzt noch näher hin fährt das weiß ich ehrlich gesagt nicht es ist nicht unbedingt notwendig das zu tun das gelände würde es aber erlauben dass man zumindest bis hier runter fährt ja und dann noch ein bisschen näher hinkommt aber ja ist jetzt auch nicht so wichtig im grunde dass man da jetzt noch mal hin fährt aber hier seht ihr den dann stehen und ja da wird auch klar also der ist genau auf einer düne gelandet das könnte sein weil ja die lagesteuerung eine nivellierung mit dem untergrund versucht herzustellen dass die lagesteuerung dann dazu geführt hat dass der copter zwar gerade gelandet ist aber der rotor eben dann den kamm dieser düne berührt hat und bei dem bei der rotor geschwindigkeit die du brauchst auf dem mars also es ist ganz was anderes wie auf der erde also auf der erde drehen sich ja die rotorblätter von drohnen schon sehr schnell aber hier bist du faktor 45 also was die geschwindigkeit angeht und wenn der dann den sand berührt ja logisch dann zerreißt das ding einfach nach also kannst du null machen und ja das ist eben so nach 72 flügen also ende der wird nicht mehr fliegen man wird es auch gar nicht erst versuchen weil durch den abgerissenen rotor wird da auch nichts mehr funktionieren was man jetzt hier machen kann ist einfach mal ein abschiedsfoto zu machen ja perseverance wird ja die mission dann weiterführen und wird dann dementsprechend auch ja sicher relativ schnell auch wieder entfernen von diesem gebiet der steht jetzt hier der kleine copter der steht jetzt hier wahrscheinlich die nächsten milliarden jahre auf dieser düne natürlich war vielleicht ein bisschen überspitzt weil die dünen entstehen ja aus einem bestimmten grund auf dem mars gibt es wind und die werden sich dann dementsprechend verlassen und irgendwann mal ein paar hunderttausend jahren wird er wahrscheinlich unter einer düne vergraben sein allerdings könnte es natürlich sein wenn wir uns als zivilisation weiterentwickeln und irgendwann mal dann auf dem mars auch eine kolonie haben dann wird man den wahrscheinlich einsammeln und ins museum stecken vermutlich auf oder ins museum auf dem mars oder vielleicht auch auf die erde na das heißt also das sind so die relikte die wir eben jetzt momentan so im sonnensystem verteilen und irgendwann einmal wieder einsammeln momentan ist das mit dem einsammeln noch ein bisschen problem das funktioniert leider noch nicht mehr aber es kann sich ja auch ändern also das ist eben ja eine situation die war irgendwann mal absehbar also dass der copter irgendwann mal nicht mehr funktioniert das war logisch und mit 72 fliegen darf man nicht vergessen ist er weit über dem was er eigentlich machen hätte sollen weil am anfang hieß es ja einmal fliegen also wenn man das hinbekommen dann ist es ja toll aber es hat so gut funktioniert dass er eine nicht unerheblich lange zeit den rover begleitet hat und unter anderem auch aufklärung betrieben hat das heißt also auch das gelände erforscht hat und und deswegen auch ein wichtiger bestandteil der mission war aber nicht essentiell das heißt also der copter war nicht unbedingt notwendig damit persevere die mission durchführen kann es war ein ein nettes add-on was man da hatte und die daten die man da jetzt erwirtschaftet hat bezüglich auch der bauweise von solchen drohnen das wird man übernehmen und dann kann man jetzt mit denen was man da an informationen gewonnen hat die nächsten drohnen planen die dann entweder auf mars fliegen oder vielleicht auch in anderen atmosphären wie zum beispiel der titan würde sich ja auch anbieten also der saturnmond da ist die atmosphäre ähnlich dicht wie auf der erde da bräuchte man jetzt nicht diese hohen rotor geschwindigkeiten da kann man ganz andere dinge verwenden bezüglich auch der flug eigenschaften aber gut es ist wie es ist wir werden ja vielleicht auch bei den nächsten missionen die für den mars geplant sind immer wieder so einen copter mit dabei haben um dann dementsprechend auch die umgebung zu sondieren es kann auch sein dass man drohnen schiff dorthin schickt also nicht nur einen copter sondern vielleicht sogar mehrere copter in ein gebiet bringt wo man unter anderem auch untersuchungen durchführen will also optische untersuchungen vielleicht auch das gelände ein bisschen genauer scannen bezüglich der material eigenschaften die sich dort vergraben oder die es eben dort gibt das kann man sich durchaus jetzt vorstellen weil man ja weiß wie man das bauen kann also im grunde genommen die düne ja auch noch eine gute idee da zu landen weil ihr seht ja im umfeld überall irgendwelche felsblöcke auch der schade interessant aus guck mal da haben wir wieder pareidolie ja wunderschön also zumindest wenn man da ein bisschen hinguckt guckt ein bisschen aus wie ein gesicht ja das sind eben die steine auf dem mars da kann man alles möglich hinein interpretieren die steine auf dem mars das ist wie die wolken auf der erde wenn man die anguckt kommt einem immer wieder irgendwas in den blick wo man sagt wow was ist denn das jetzt aber leider sind es halt alles nur steine aber eine ganze menge davon dass im übrigen dieses geröllfeld hier das sind tatsächlich teilweise auch ausgeworfenes material von einschlägen von asteroiden das ist schon auch interessant da hinten ist auch noch was was aussieht ein bisschen wie ein gesicht ja aber da ist jetzt die kante also das ist die kante vom felsen und das ist der hintergrund hier darf man sich nicht täuschen lassen aber der felsen der schaut schon lustig aus also den kann man schon auch da können wir jetzt auch ein video drüber machen über diesen felsen ist mir gerade erst aufgefallen das habe ich vorher gar nicht gesehen weil ich mir das umfeld gar nicht so genau angeschaut habe was hier alles eigentlich so rum liegt an material weil das interessante ist natürlich hier im vordergrund der kleine kopter der hier steht der aber jetzt eben da stehen bleiben wird er funktioniert im übrigen noch na also er kann immer noch bilder machen also der macht auch fotos momentan noch ein paar und vielleicht auch noch mal ein foto vom rover in nachdem in welche richtung die kamera dann schaut er hat ja unten eine kamera also an der unterseite und das ist auch das foto was wir hier sehen das heißt also das ist eigentlich die kamera die unter anderem auch für die aufnahme dann bei flügen verwendet wird und da kannst du allerdings jetzt nicht so wirklich in irgendeine richtung gucken also du hast jetzt diese eine fotoeinstellung was man jetzt machen könnte wenn man jetzt vogelwild wäre die rotoren noch mal einschalten und gucken ob irgendwo hinkugelt das problem ist wenn der jetzt noch mal betrieben wird also unser roter also es funktioniert noch die drehen sich tatsächlich noch die roter blätter aber was natürlich passieren würde er würde dann tatsächlich einen kopfstand machen also dann wird es wahrscheinlich die restlichen rotoren auch noch zerlegen man darf ja immer nicht vergessen also die fliegen ja dann auch durch die gegendeteile des rotors und es kann natürlich auch sein dass dann der gesamte kopter zerstört wird das wird man natürlich nicht machen ergibt ja auch überhaupt keinen sinn sei es dass er wird hier stehen bleiben und vielleicht bekommen noch ein bisschen bessere fotos wenn perseverance dann ein bisschen näher hinfährt wobei da weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht ob das geplant ist ob man wirklich noch näher hinfährt weil es halt auch mit der mission nichts zu tun hat zusammen lieben und jetzt wünsche ich euch noch eine schöne zeit ingenuity wird auf dem mars bleiben definitiv bis wir den irgendwann mal einsammeln mal gucken wann das der fall ist bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal